Kürzlich sorgte Jeremy Pascal Wollny durch seine Verlobung mit Freundin Céline für Schlagzeilen. Was dann folgte, dürfte allerdings für noch größere Augen sorgen. Dieser Junge traut sich was. Um seiner Verlobten Céline erneut seine Liebe zu beweisen, hat sich Jeremy Pascal Wollny zu einem radikalen Schritt entschieden. Punkt. Am 24. Juni 2023 hatte er seiner Liebsten, mit der er seit Mai 2020 in einer Beziehung ist, den ultimativen Liebesbeweis geliefert, indem er um ihre Hand anhielt. Punkt. Mit dem Heiratsantrag hatte die Blondine nicht gerechnet, reagierte aber überglücklich und sagte sofort Ja. Die Wollnys Aussteiger Jeremy Pascal Wollny geht nach Verlobung weiteren großen Schritt. Das reichte die Wollnys Aussteiger Jeremy Pascal Wollny, der seit einigen Monaten auf TikTok erfolgreich ist, aber noch nicht. Punkt. Wie er exklusiv gegenüber TV Movie Online verriet, geht die Liebe zu seiner Céline jetzt nämlich sogar wortwörtlich unter die Haut. Jeremy Pascal Wollny lässt sich Liebestattoo stechen, am Mittwoch, den 26. Juli 2023, vor der 27-Jährige zum Tätowierer und ließ sich den Namen seiner zukünftigen stechen. Punkt. Damit sollte endgültig klar sein, dass Jeremy Pascal Wollny die Liebe zu Céline nicht verstecken will. Punkt. Das neue Tattoo befindet sich nämlich nicht etwa an einer Körperstelle, die im Normalfall von Kleidung verdeckt wird, sondern ist jederzeit gut sichtbar. Der Schriftzug Céline ziert seit heute den Handrücken von Sylvia Wollnys jüngstem Sohn. Punkt. Man könnte also sagen, seine Freundin hat ihm ihre Hand versprochen, er hat ihr seine gewidmet. Punkt. Wie Céline auf die Überraschung reagierte, wollte Jeremy Pascal eigentlich auf TikTok teilen. Punkt. Ein Video, wie er seine Verlobte mit dem besonderen Geschenk überrascht, ist dort aber nicht zu finden. Punkt. Damals teilte er allerdings seine Ursprungsidee mit uns, ich mach einen Verband drum, sage ihr, dass ich mich verletzt habe und lasse sie nachschauen. Punkt. Übrigens, auch Mama Sylvia Wollny kennt Jeremys Verlobte mittlerweile, denn die Familie hat sich wieder versöhnt. Punkt. Sogar zum dritten Geburtstag von Sarah Fiener Wollnys Zwillingen Emory und Casey brachte Jeremy Pascal seine Partnerin mit. Punkt. 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 Punkt.